Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich hab doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er. Aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller. Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Und jeder Vaterlandverteidiger wird erfahren, dass er sein Leben opfert und bis zur letzten Kugel kämpft. Wir werden unsere Städte von den Eindringlingen befreien und den Feind vernichten, schlagen. Offenmann! Es ist doch sowieso bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen. Und einen neuen Funk an. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Es ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten, jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Musst er dir eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder, und? Er ist noch ein Kind. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertraue auf unser Steck. Vertraue auf Deutschland. Vertraue auf uns. Folt! Kerz, los geht's! Warum sprengen wir nicht einfach die Brücke und halten die Amis auf der anderen Seite? Weil wir uns nicht zurückziehen. Wir rücken vor. Was passiert mit denen? Die kriegen das, was sie verdienen. Scheiß Feiglinge. Gemeinsam sind wir stärker, vergessen Sie das nicht. Anton 1, vorrücken und unsere Streitkräfte am Bahnhof unterstücken. Anton 1, rücken Sie umgehen zum Bahnhof vor. Befehl bestätigen, Hartmann. Ja, Kommandant. Anton 1, dein Oberkommando gehen jetzt in Position. Anton 1 geht jetzt in Position. Alles klar. Aufbruch. Jawohl, Kommandant. Kerz, nach rechts. Wir müssen Sie flankieren. Jawohl, Kommandant. Sie scheinen sich schnell zu ehren, Kommandant. Sie beide halten die Augen offen, damit uns das nicht auch passiert. Geschickt bereit. Das sind unsere Leute da drücken. Wir müssen Ihnen helfen. Feindliche Infanterie vorraus. MG Feuer eröffnet. Erwicht. Scheiße. Station vorraus. Anton 1, dein Oberkommando. Schienen sind frei von Teilen. Gute Arbeit, Anton 1. Wir wussten, gegen einen Krieger haben Sie keine Chance. Rücken Sie jetzt auf der Hauptstraße vor und helfen Sie der Infanterie. Sie haben es gehört, Kerz. Tor rücken. Dürfen. Hilfen. Schöne, schießen Sie weiter. Blätter zerstört. Wir haben keine Vorrede. Schöne, Simon. Nein, nur. Schöne, vor. Vorrücken und Verteidigungen zerstören! Die Amerikaner laufen davon! Stefan hat ihnen Angst gemacht, hä? Arteinerie! 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 Sofort vorrücken und zerstören! Befehl bestätigen, Arteinerie! Jawohl! Oberkommando hier Anton 1, Befehl bestätigt! Rücken jetzt zum Ziel vor! Artillerie anvisieren! Wir sind nicht durch die Folterung gekommen! Wir müssen irgendwas tun! Hier sind die Leiste fissen! Wir sind die Musik auf. Wir sind die! Wir sind die Musik auf! Sie sind getroffen, fahren aber doch. 12 Uhr. Versteht sich das einfach. Ihr habt hier ne Menge Gegner, Kommandant. Gnade sind Schwäche. Ich werde meine Mutter stolz machen. Artillerie, Stellung zerstört. Jetzt machen wir dasselbe mit der anderen. Blicke, Blanke! Aufpassen, Caps! Nur die Ruhe! Wir schaffen das schon! Geben! Es geht hier! Beklar! Das war die letzte Artillerie-Stellung. Mein Gott, das ist eine Falle! Mein Gott, schlauze Hartmann! Wir können sie nicht abhängen. Kertz, sehen Sie zu, dass wir immerhin eine Deckung haben. Schröder und Hartmann, Sie feuern nur, wenn Sie ein Ziel haben. Boah, das Ding gefällt mir gar nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Soll ich ihn in die Luft jagen, Kommandant? Verdammt! Feuer! 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 Wir nehmen Stefano auseinander! Sie sind zerstört! Sechs Uhr! Feuer! 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 Das war's für heute. Wir sind getroffen! Geschafft. Das war der letzte. Wir haben's geschafft! Mein Gott, ich kann nicht. Das war verdammt knapp. An alle Panzereinheiten! Rücken Sie zum Sammelpunkt vor! Attackieren Sie alle feindlichen Einheiten und jagen Sie die Angreifer aus der Stadt! Kerzen, bringen Sie uns zu dieser Position! Ja, Kommandant! Ja, Kommandant! Geht hier! 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 Volltreffer! Diese Mandanten sind verrückt! Die haben keine Chance gegen Tiger! Geht hier! 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 Kerz, bringen sie uns zur Brücke. Was? Was sagt ihr da? Seid ihr verrückt? Wir dürfen den Angriff nicht abbrechen. Das ist Selbstmord. Wir werden alle draufgehen. Seht ihr das denn nicht? Wir werden hier nur sterben. Das sind einfach zu viele. Beruhig dich, Mann. Herrgott, nochmal. Alle, halten Sie den Mund. Wir sind gleich an der Brücke. Machen wir einfach unsere Arbeit. Teuer aus, das Ziel eröffnet. Herrgott, fahren Sie weiter, sonst könnte der nächste Treffer der letzte sein. Noch ein Treffer und das war's. Gleich machen wir bekanntlich mit Ihren restlichen Panzern. Bringen Sie uns rein. Raketenwerfer! Volltreffer! Schermenwalzer! Schermen, oh ne? Schermen, oh ne? Schermen, oh ne? Tiffa! Wir sind ins Ziel! Vorfahre! Vollgas vorauf! Und Feuer erwidert! Wachst los! So schnell es geht! Ich hab's gleich! Der macht kein Luchs mehr! Feindliche Panzer! Wie viele Panzer haben die wohl? Ganz vor dem Panzer! Sollen sie nur kommen! Raketenwärmer! 12 Uhr! Vor uns! Wir brauchen eine Deckung! Wir brauchen eine Deckung! Ich seh ein! Seh gut! Scheiße! Die Panzerung ist nach! Noch mehr feindliche Panzer! Noch mehr feindliche Panzer! Es sind so viele Herr im Himmel! So viele! Sie haben die Fenster! Aber wir haben einen Tiger! Schuss hat gesessen! Wir halten die Fenster! Wir werden es nicht schaffen! Scheiße! Das ist nicht gut! Noch ein Treffer! Und das war's! Das war's! Wir haben die Panzerung! Nein! 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 Sekunde! Sind die anderen Panzer? Dann sind wir auf uns gestellt. Herz, folgen Sie den Gleisen. Panzerfaust! Panzerfaust! Kommandant, roter Bauch! Was ist das? Ich bin fast, wir nehmen einen Schmell. Das ist der Meinung für mich. Wenn das schon kol coding ist, ist es zu auf sie, aber das war我就 zu видите. Untertitelung des ZDF, 2020